Wir konnten heute nicht im Stadion trainieren, sondern mussten nochmal auf Platz 11 gehen, weil wir sonst den Platz da ein bisschen zerstört hätten, weil es so kalt ist, dass selbst die Rasenheizung es nicht schafft, den Platz komplett aufzutauen. Und von daher hat es das. Das andere ist, dass man sich natürlich von vielen Standphasen versucht, man natürlich auch abzusehen, weil es ist schon wirklich brutal kalt jetzt gewesen, die letzten beiden Tage. Aber alles in allem auch kein großes Thema für uns. Also wir hatten einen guten Platz zum trainieren, wir hatten Trainingsformen, die glaube ich trotzdem das vermittelt hatten, was wir wollten. Also so gesehen ein bisschen umplanen, aber nichts, was irgendwas kaputt macht. Zuerst einmal natürlich für die Zuschauer und Fans hoffe ich, dass die sich gut bekleiden und natürlich ist es schon sehr kalt, das ist sehr klar. Am Abend, halb neun ist es doch noch ein bisschen kälter und für uns Spieler ist es halt so, dass wir in einer Zeit natürlich warm sind. Also das merken wir dann eigentlich auch gar nicht. Also wenn das Spiel startet, das ist für uns grundsätzlich eigentlich kein Problem. Ja, zunächst einmal kann ich dazu sagen, dass es natürlich von meiner Seite aus eine Reaktion auf das Hamburg-Spiel war und auch das Freiburg-Spiel war die Aussage, weil da muss man schon sagen, dass sich beide Mannschaften extrem darauf eingestellt haben, wie er spielt und das erwarte ich in Gladbach jetzt aber nicht unbedingt, weil ich nicht glaube, dass Borussia Mönchengladbach mit der Qualität, die sie haben, mit dem Anspruch selber das Spiel zu bestimmen, sich so dermaßen nach uns richtet, wie die letzten beiden Mannschaften. Nichtsdestotrotz könnte es in gewissen Phasen der Saison eine Überlegung sein, seine Rolle zu verändern, um ihn in eine andere Position zu bringen. Ja, grundsätzlich spielen wir jetzt mal Freitagabend und da müssen Freitags auch sehr viele arbeiten. Trotzdem ist das Stadion sehr, sehr gut besucht, wir haben knapp 4.000 Bremer dabei und die Fragen zum Montagsspiel können wir dann vor dem Montagsspiel grundsätzlich beantworten. Allgemein lässt sich natürlich sagen, dass man diesen Protest der Fans natürlich auch ernst nehmen muss. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass das hinter jeder Entscheidung, die ich da treffe, die im Sinne des sportlichen Erfolges getroffen wird, natürlich auch eine persönliche Enttäuschung liegt. Wir sind ja sogar jetzt in Situationen, dass ich wirklich Spieler nicht mit in den Kader nehme und ihnen trotzdem sagen muss, eure Trainingsleistung war top. Das ist für mich natürlich eine sehr gute Situation, dass es für die einzelnen Spieler manchmal schwierig ist, weiß ich, aber die Jungs gehen sehr, sehr gut damit um. Da haben wir auch die letzten Wochen drüber geredet und das gilt auch für die drei. Ich habe vorhin noch mal ein längeres Gespräch mit Basti gehabt und mit Milord sowieso auch im Austausch, mit Marco heute auch noch mal gesprochen. Die Jungs haben sich sehr gut eingefügt, deuten immer wieder ihre Möglichkeiten an, weil ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. Und natürlich sind sie durchaus auch Kandidaten für die Startelf alle drei, auch für den Kader. Aber es kann dann auch mal so sein, dass, wie gesagt, das sage ich auch ganz offen, Marco Friedl habe ich vor dem HSV-Spiel sagen müssen, er ist nicht im Kader. Und ich habe ihm trotzdem gesagt, du hast super trainiert die Woche. Aber du kannst dann halt nur noch sechs Feldspieler mitnehmen und dann gibt es taktische Erwägungen, die dazugehören. Und das Wichtigste, glaube ich, ist für uns alle, die im Drumherum sind, also ich meine damit das Trainerteam, aber sogar auch teilweise die Offiziellen, dass wir einfach wissen, dass es für den einzelnen Spieler ist das immer ein Schlag, wenn du sowas sagst. Und das versuchen wir, habe ich ja schon mehrfach gesagt, möglichst durch Gespräche aufzufangen. Aber ich kann natürlich nur als Trainer in der Gesamtverantwortung, ist das eine Top-Situation für mich. Wir haben fast alle fit, bis auf Finn und Sethi und Ole als Langzeitverletzte. Und alle sind bereit, im Training Vollgas zu geben.